Hallo liebe Leute, hier ist euer BiTong und falls ihr euch fragt woher ich die Mütze habe, die habe ich von einem Fan geschenkt bekommen. Dankeschön, vielen Dank. Heute werde ich eine Review machen, Review, so wie ein Tutorial über das, genau über das iPad. Guckt mal das Unboxing. Oh, iPad, oh, 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 passt auf, passt auf, oh, 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 es ist ein iPad. Oh, danke Gott, es ist gesund, oh, wie schön. Hauen wir es mal raus, das Baby. Schön, nicht wahr? So Leute, kommen wir nur zu einer weiteren Funktion des iPads. Ja, wieso habe ich eigentlich ein David Beckham Parfum in der Hand? So ganz wichtig ist natürlich, dass man Fotos machen kann, vor allem wenn man jeden Tag ein neues Profilbild bei Facebook hat. Ihr könnt natürlich so ganz tolle Fotos schicken, ja, schießen. Ja, so richtig schwule Fotos. Nichts gegen Schwule, ne? Es gibt noch eine weitere wichtige Funktion für mich, nicht für euch, und zwar Notizen. Wir alle verschwenden jetzt sehr viel Papier, wenn wir einfach nur ein Wort darauf schreiben. Aber wir können jetzt das iPad nehmen und dort Notizen machen. Zum Beispiel solche Notizen. Liebe Jungs. Eine weitere wichtige Funktion ist natürlich, dass man auf Seiten wie YouTube zugreifen kann und sehr sinnvolle Videos guckt, wie diese. Ja, ganz wichtig sind ja auch noch die iTunes, ne, für alle die, die ihre Musik noch legal erwerben. Klicken wir einfach mal drauf. Gute Musik, Schwuchtelmusik, ja, nichts gegen Schwuchtel hier. Justin Bieber, ah, was nehmen wir denn da? Missle Toe, oh, falsch, das klappt nicht so ganz, wie ich wollte. Yeah, gute Musik, yeah, gute Musik, yeah, richtig abtanzen dazu, wuuuuh. Ich hoffe, euch hat diese Review gefallen, auf der Tutorial-Art. Ja, ich würde mir das iPad 2 nicht kaufen, ganz einfach, weil ich es verlosen werde, genau, ich verlose es. Äh, Entschuldigung. Ich verlose es, alles, was ihr machen müsst, ich muss einfach nur 1000 Abonnenten erreichen, ihr müsst nicht abonnieren, Daumen hoch. Und wenn ihr mich wirklich liebt, macht ihr noch 10 weitere Accounts und macht nochmal Daumen hoch und macht dann nochmal 10 Favoriten, also, ne. 10 Accounts, 10 mal Daumen hoch, 10 mal Favoriten und like. Und meine Facebook-Page liken, liken. Und ich verlose es dann, ja. Also, schön fleißig. Ja, ich liebe euch alle so sehr, weil ich der schwule Sami bin. Nichts gegen Schwule, nur was gegen Sami. Euer Bichong, bis zum nächsten Mal. Euer Bichong, bis zum nächsten Mal.